Als wir das Anwesen geerbt haben, hat dein Vater als erstes gesagt, dass du auf diesem Land niemals Landwirtschaft betreiben kannst. Es wird einfach nicht funktionieren. Das Land ist eine Wüste. Uns blieb keine Wahl. Wir mussten eine völlig neue Richtung einschlagen. Wir rissen die Zäune nieder und vertrauten ganz und gar auf die Natur. Es war ein radikaler Schritt. So etwas wurde noch nie gemacht. Gelingt es durch die Vielfalt der von uns ausgebilderten Tiere, das völlig erschöpfte Land wiederzubeleben? Hallo. Die Empörung unter den Anwohnern war groß. Die Uhr tickte. Wir mussten dringend eine Veränderung wahrnehmen. Plötzlich fühlte es sich vollkommen anders an. Alles begann sich zu wandeln. Die Natur erwachte zum Leben. Es war einfach außergewöhnlich. Die ganze Landschaft atmete auf. Man konnte es hören. Großartig, oder? Es ist wie ein Märchen. Wenn die Bedingungen stimmen, kehren die Tiere wieder zurück. Und dann geschehen die Wunder. Was sind die altre. Was ist die Ohren? Was ist die Ohren? Dieicz schizophrenia. Musik Musik Schoss Musik